Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben von Björn Thorsten Leimbach. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema, wie findest du deine Berufung? Ein zentrales Thema für jeden Mann und eine ganz zentrale Lebensfrage. An dich direkt am Anfang, hast du einen Job zum Brötchen verdienen oder folgst du deiner Berufung? Fragst du dich öfter, wofür und wie du dich engagieren sollst? Hast du deine Talente und Potenziale erkannt und setzt sie erfolgreich um? Wenn ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Das ist super und dann bist du eigentlich fast eine Ausnahme, denn meine Erfahrung ist, die meisten Männer haben noch nicht erkannt, weshalb sie hier sind und was sie überhaupt für Talent und Fähigkeiten haben und wie sie die optimal einsetzen im Leben. Und darum soll es hier gehen, denn das ist eine zentrale Lebensfrage für dich als Mann, der du folgen solltest, die du klären solltest. Ich arbeite in meinem Seminar mit vielen Männern unterschiedlichen Alters, verschiedener Herkunft und Berufen und ich lese die Bewerbungsbögen mit ihrer Biografie und den Fragen, die sie zu mir und den Herzenskrieger führen. Und dabei dominieren drei Themen. Erstens Probleme mit Frauen und emotionale Abhängigkeit. Zweitens Probleme mit dem eigenen Selbstwert und Männlichkeit. Und drittens fehlende Orientierung und ein Gefühl von Sinnlosigkeit im Leben. Hier soll es um das dritte Thema gehen, das in den letzten Jahren immer mehr Männer beschäftigt oder, würde ich besser sagen, sie quält. In einer scheinbar unendlich großen Fülle von Angeboten und Möglichkeiten fehlt es einer eigenen Klarheit und Entscheidungskraft dabei auszuwählen. Meiner Ansicht nach war es noch nie so einfach, auch in früher nur wenigen vorenthaltenen Berufe wie Arzt, Pilot, Börsenmakler etc. einzusteigen und dort eine Ausbildung zu machen. Und noch nie war es so leicht, ein eigenes Start-up oder ein Business aufzumachen. Und doch nimmt die Zahl der Männer zu, die wie vor einem riesigen tollen Buffet stehen und überfordert sind, eine Entscheidung zu treffen. Und dann entweder versuchen, von allem etwas auf den Teller zu bekommen oder aber gar die Lust aufs Essen verlieren. Also Mann, wenn du deinen Platz im Leben, deine Berufung noch nicht gefunden hast, dann wird dir dieser Podcast wichtige Hinweise dafür geben. So, früher war das so, dass es weniger Auswahl gab und oft sehr viel schwerer und einen langen Weg durchmachen musst du zum ersehnten Beruf. Also früher war es vorgegeben, du hast den Beruf des Vaters gewählt, du hast kein Abitur mit 1,0 gehabt, dann durftest du nicht studieren oder was in der Warteschleife. Du hast kein Geld zum Studieren. Das ist übrigens heute in vielen Ländern der Welt noch so. Also da, wo ich lebe, in Brasilien, wenn du kein Geld hast, dann wird es schwierig. Ja, du hast dann, gibt es schon so Regierungsunterstützung, aber da musst du ein Konkurs, das heißt, da musst du so eine Auswahl machen, wo dann, ich weiß nicht, sieben von tausend Erfolg haben. Da bist du jahrelang mit beschäftigt, um an Gelder zu kommen, die dann auch sehr, sehr knapp bemessen sind. Also früher war das und heute ist es noch in vielen anderen Ländern so, dass es ganz schwer ist, bestimmte Berufe reinzukommen und die Auswahl einfach beschränkt war. So, das ist heute leichter geworden. Aber wie kommst du jetzt dazu, das Richtige zu finden? Weil ich habe immer mehr Männer, die sagen, ja, das ist nett, die Mitarbeiter sind nett, das ist ganz okay, der Beruf, ich verdiene gut, aber es ist ein Job zum Rötchen verdienen. Es ist nicht das, wonach ich mich sehne. Es erfüllt mich nicht und das zerfrisst dich auf Dauer. Ja, was zu machen, das ist wie eine Beziehung in der Frau, die du nicht liebst oder auf die du nicht scharf bist. Das geht nicht. Ja, das geht nicht auf Dauer. Und das nimmt dir Kraft, das nimmt dir Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Also, wie kommst du dazu? Dafür gibt es einige Tipps, weil die meisten sitzen und denken und denken und denken und das führt dich nicht weiter, außer dass du einen riesen Wasserkopf kriegst. Dann liest du. Das führt dich auch nicht weiter. Ja, sondern es ist nicht eine rein intellektuelle Frage. Es geht auch nicht, dass irgendein schlauer Mensch, sei es dein Vater, sei es ein Mentor, eine Psychologe oder dein spirituelles Medium, die sagt, oder deine Astrologin, das ist dein Beruf. Das funktioniert so nicht, sondern das ist eine zentrale Frage im Leben, wo man sich selbst auf die Suche machen muss und die Antwort wird nicht in deinem Kopf sein, sondern in deinem Herzen. Und auch geprägt von sehr praktischen Dingen. Ja. So, wie kommen wir weiter? Das eine ist eine erfolgreiche Analyse, also eine Analyse von erfolgreichen Männern, die ihr Ding machen. Ja. Also, wenn wir auf die Suche gehen, was sind Männer, die ihrer Berufung folgen? Da kommst du weiter. Und dann wirst du feststellen, diese Männer haben klare Werte. Sie haben keine Beliebigkeit. Ja. Das heißt, Familie ist zum Beispiel wert und nicht am nächsten Tag wieder kein Wert. Loyalität ist zum Beispiel wert und nicht nächstes Jahr keiner mehr, sondern die haben feste Werte im Leben. Sie sind sich auch dessen bewusst, dieser Werte, Wertvorstellungen, klaren Ausrichtungen, nach denen sie leben. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem konkreten Beruf zu tun. Es geht um Werte, die dein Leben prägen, den sozialen Umgang prägen, deine Ausrichtung. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf deinen Beruf. So, dann geht es um männliche Vorbilder. Also Männer, die ihr Ding machen, die ihr, ihre Berufung, ihrer Berufung folgen, haben in der Regel klare männliche Vorbilder. Das kann der Vater sein, der Lehrer, ein Mentor, manchmal auch eine historische Figur. Die haben, wenn man sie fragt, was sind deine Vorbilder, klare Antworten. Genauso wie nach der Frage nach den Werten. Also, es ist gut, sich deinen Werten zu beschäftigen. Ich glaube, da habe ich auch schon einen Podcast zu gemacht. Und Männer zu suchen, die Vorbilder sind. Solche Männer kennen zu lernen, Biografien von denen zu lesen, wenn möglich Zeit mit denen zu verbringen, dass du Vorbilder hast. Ja, Männer, je mehr, wenn du nur Loser in deinem Bekanntenkreis hast und bei deinen Freunden, die nur Jobs machen und sich über Wasser halten, ja, dann hast du, dann wird es schwer für dich. Wenn du aber in deinem Bekannten- und Freundeskreis überwiegend Kontakt hast mit Männern, die ihrer Berufung folgen, die den Planet verbessern wollen, die hohe Ansprüche haben, die alles dransetzen an ihre Berufung und damit Herzblut und Leidenschaft jeden Tag für arbeiten, das wird dich prägen. Also umgeb dich mit solchen Männern. Suche solche Männer, die ihrer Berufung folgen. Viele kommen zu mir, weil ich das tue, kommen zu mir im Seminar, kommen zu meinen Trainern, weil das sind Männer, die mit Herzblut und Leidenschaft und vor allem auch Know-how und Erfolg ihrer Berufung folgen. Und sie wollen im Energiefeld sein, dieser Männer. Das heißt, du musst im Energiefeld solcher Männer sein. Und je mehr du diese erfolgreichen Männer hast, umso leichter wird das. Weil du wirst sehen, wie sie sich verhalten, worüber sie reden, was die Themen sind. Ein wichtiges Kriterium, Entscheidungsfähigkeit. Erfolgreiche Männer ändern nicht stets ihre Meinung, ändern nicht stets ihren Job und auch nicht ihre Frau. Ganz wichtig. Sie haben eine klare Vision, was sie wollen und sortieren danach alles, was nicht oder unzureichend ist, aus. Dann treffen sie eben überlegt ihre Entscheidung und bleiben dabei. Meist sogar ein Leben lang. Also sie werden einen Beruf und bleiben dann bei diesem Beruf. Du kommst nicht auf einen grünen Zweig, wenn du alle fünf Jahre deinen Beruf wechselst, eine neue Ausbildung machst. Sie gründen eine Firma. Ja, klar, kann man diese Firma auch wieder abwickeln und neue gründen. Aber erfolgreiche Männer gründen nicht alle fünf Jahre eine neue Firma. Sie wählen einen Partner. Klar, wenn du noch sehr jung bist, hey, dann willst du ein bisschen ausprobieren. Völlig okay. Ja, musst nicht gleich die dritte heiraten. Aber irgendwann, wenn es darum geht, jemanden zu suchen für die Gründung einer Familie, dann wählen sie mit sehr viel bedacht. Ich habe ja auch ein E-Book dazu gemacht, was dir hilft, die wirklich passende Frau zu finden. So, und dann bleiben sie da. Dann bleiben sie bis zum Ende des Lebens. Genauso mit der Familie. Erfolgreiche Männer haben die Dinge mit ihrer Familie geklärt. Deshalb ist das in meinen Trainings, egal welches, ein zentrales Thema, deine Vater-Mutter-Beziehung, die Beziehung zu deiner Familie, den Ahnen zu klären. Ein gutes, herzliches, respektvolles Verhältnis zu haben. Erfolgreiche Männer, haben aufgeräumt mit ihrer Familie, übernehmen Verantwortung und haben ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Und dazu noch Heimat, das Thema. Erfolgreiche Männer ziehen nicht alle zwei Jahre um. Natürlich kannst du deine Heimat wechseln. Ich habe das ja auch gemacht. Ich bin ja auch nach Brasilien gegangen, aufgrund der Analyse der Entwicklung in Deutschland. Trotzdem bleibt natürlich Deutschland auch meine Heimat. Ich habe eine zweite dazu gewonnen. Aber ich werde nicht nächstes Jahr nach Argentinien und in drei Jahren nach Mexiko oder sonst wohin ziehen. Also auch da geht es um eine Konsequenz von Entscheidungen. Dass man Entscheidungen nach reiflicher Überlegung selbst trifft und vor allem für die Konsequenzen gerade steht. Das wirst du sehen. Erfolgreiche Männer treffen Entscheidungen und bleiben dabei. Und wie gesagt, bei der Familie, bei vielen anderen ein Leben lang. Chaos erzeugen die, die sich dann von der Partnerin trennen. Patchwork-Familie, die Kinder verlieren ihre Eltern, werden schwer traumatisiert etc. Die Kontinuität fehlt. Du baust kein Vertrauen auf. Wenn du dein Investment immer änderst, kommst du nicht auf den grünen Zweig. Wenn du deine Firma dicht machst oder umbenennst und neue Produkte, dann kommst du auch nicht auf den grünen Zweig. Wenn du zehn Jahre dasselbe machst, dann wirst du erfolgreich werden. Wir sind 30 Jahre im Business. Wir sind sehr erfolgreich, weil wir jetzt nächstes Jahr, ist es soweit 2025, 30 Jahre jedes Jahr Seminare anbieten. Und zwar kontinuierlich. Nie mehr als sechs Wochen ohne Seminar. Es gibt kontinuierlich Training. Selbst in der Pandemie haben wir einen Weg gefunden, noch das Maximum rauszuholen, was irgendwie vertretbar war. Das heißt, wir sind immer da für die Menschen. Ohne Pause, ohne ich muss mich zurückziehen und nachdenken und wir wollen was anderes machen. Klar, wir machen neue Seminarkonzepte, wir verändern was, aber die Linien, die stehen und wir sind zuverlässig da für die Menschen. Und das führt zu Erfolg. Also Entscheidung treffen, dafür gerade stehen und egal wie die Zweifel sind, das durchzuziehen. Je mehr du das kannst, umso mehr wirst du Erfolg haben und deiner Berufung auch folgen. Das Nächste ist die Begeisterungsfähigkeit. Kannst du dich begeistern für Sachen? Und begeistern heißt nicht nur für neue Sachen, drei Tage lang, sondern dauerhaft. Sich verlieben in eine geile Schnitte. Eine tolle Frau ist jetzt leicht. Die Verliebtheitsphase von drei Monaten kriegt jeder rum. Aber wie ist es dann auf Dauer? Kannst du dich begeistern auch für einen Job? Natürlich, wenn es neu ist, ist okay. Aber kannst du das durchhalten? Bist du begeisterungsfähig? Auch für Dinge, die eben nicht neu sind und abwechslungsreich sind. Kleine Kinder, also meine kleinen Kinder, die brauchen ja was Neues, um sich zu begeistern. Aber als Erwachsener musst du in der Lage sein, dich immer neu zu begeistern. Für deine Frau, die nicht mehr so sexy aussieht wie eine 25-Jährige nach 20 Jahren, dich trotzdem noch begeistern für sie. Auch wenn ihr euch jeden Tag seht. Kannst du das? Das brauchst du für deinen Job, für deine Arbeit. Die Menschen kommen zu mir, weil sie spüren, ich bin auch nach 30 Jahren noch begeistert von jedem Seminar. Ich bin voller Leidenschaft, voller Energie, wie am ersten Tag. So, das ist entscheidend. Begeisterungsfähigkeit. Hast du Ausdauer- und Durchhaltevermögen? Auch das ist eine wichtige Sache. Das kannst du trainieren. Das kannst du im Sport trainieren, bei der Diät trainieren. Das kannst du bei allem trainieren. Ausdauer- und Durchhaltevermögen. Das sind Kriegerwerte. Du brauchst genau das, wenn du deine Berufung finden und ihr folgen willst. Wenn du dann ständig wechselst, kommst du nicht auf dem grünen Zweig, wenn jeder Kritik, jeder Zweifel von außen oder von innen dich wanken lässt und die Menschen spüren das. Ja, wer soll denn an dich glauben? Das ist genau das, was heute fehlt. Männer, die man glauben kann. Ich bin als Vater immer da für meine Kinder und die wissen, so wie die Sonne aufgeht, ist Papa da. Das ist ein Naturgesetz und das führt dazu. Unsere Seminare finden immer statt. Egal, was die beschreite Regierung für menschenverachtende Gesetze erlässt. Egal, was wirtschaftlich passiert. Egal, ob wir krank sind. Unsere Seminare finden statt. Darauf kann man sich verlassen. So wie auf den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und das schafft Vertrauen. Das schafft Erfolg auch. So, du brauchst langfristige Visionen. Auch das, viele wissen, leben von Tag zu Tag. Das funktioniert nicht. Du brauchst für deine Karriere eine langfristige Vision. Deshalb ist das Thema in Step 4, auch im Herzensriger-Training, deine langfristige Vision im Leben. Ich habe schon als junger Mann Visionen gehabt. Das, was ich aufgebaut habe, ist nicht irgendwie so entstanden, sondern eine Visionsarbeit. Für deine Karriere, für deine eigene Firma, aber auch für deine Familie brauchst du eine Vision. Wie willst du mit 60 leben? Was willst du jetzt zurückgucken? Ich habe solche Visionen gemacht und ich habe zum Großteil die auch erreicht, von über 90 Prozent. Und einen Großteil habe ich übererfüllt. Bin noch viel weiter, weil mein Kopf damals zu klein war. So, was brauchst du noch für deine Berufung? Du brauchst eine Resilienz. Resilienz bedeutet eine Abwehrfähigkeit, ein Resistenz sein gegen Angriffe, gegen Krankheiten, gegen Widerstände. Also dich durchkämpfen auch bei Widerständen, bei Konflikten, bei Problemen. Wer keine Vision hat, die wirklich mit Leidenschaft dich erfüllt und für die du gehen willst, langfristig, bis du 60 oder 90 bist. Dann ist jeder Kiesel, der auf dem Weg wird, fragst du dich, liegt er jetzt da, soll ich umkehren? Jeder Depp, der in dein Bein stellt, hält dich auf. Wenn du aber so eine Vision hast, dann egal, dann können Leute versuchen, dich abzuknallen. Dann können Felsbrocken im Weg liegen. Dann wirst du vielleicht mal gezwungen, anzuhalten oder zurückzugehen ein Stück oder in Umweg zu gehen. Aber es wird dich nicht aufhalten. Es wird dich immer nur noch stärker machen. Echte Führungspersönlichkeiten, echte Männer, die ihrer Berufe folgen, lassen sich nicht abhalten. Selbst sogar, wenn jemand versucht, sie zu ermorden. Selbst sogar, wenn jemand versucht, sie zu erpressen. Das erleben wir aktuell in dieser Welt sehr stark seit Corona oder in der aktuellen Politik. Da kannst du dir, danach kann man Männer beurteilen, die ihrer Berufung folgen. So, ein wichtiger Aspekt für Erfolg, für den Folgen deiner Berufung ist ein starker Rückhalt. Du kannst nicht immer alles alleine machen. So, wie ist das Verhältnis zu deiner eigenen Familie, zu deinen Ahnen? Siehst du mit Stolz, sprichst du mit Stolz über deine Eltern, über deine Großeltern, Urgroßeltern, über die Verwandten? Hast du Liebe? Und ganz praktisch, hast du Kontakt zu denen? Es gibt Leute, die sagen, ich bin stolz, ich liebe sie, aber seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr. Das passt nicht zusammen. Also, hältst du die Familie mit zusammen? Bist du stolz, deinen Familiennamen zu tragen? Oder nuschelst du ihn, weil du dich schämst dafür? Ganz wichtige Sache, sehr wichtige Sache. Das macht was aus mit dir als Mann. Ob du nämlich gekrümmt läufst oder mit aufgerechtetem Rücken. So, hast du gute und persönliche Lehrer und ich meine nicht die Leute, die online ihre Videos machen, sondern Lehrer, mit denen du wirklich Kontakt hattest, die man ehrt, denen man dankt, die mit denen sich an denen abgearbeitet hast vielleicht, die nicht nur Honig um Bad geschmiert haben, sondern die auch in den Arsch getreten haben, dir eine Ohrfeige gegeben haben, dir Feuer unterm Hintern gemacht haben. Also hast du echte Lehrer, die das Potenzial aus dir rausgekitzelt haben und dir auch mal die Hölle heiß gemacht haben. Je mehr du gute und persönliche Lehrer hast, umso einfacher ist es, deine Berufung zu finden und der zu folgen. So, dann brauchst du echte Herzensfreunde. Und ich meine jetzt nicht die Likes oder die Freunde auf Instagram oder sonst wo, sondern Männer, auf die man sich verlassen kann. Ich habe das in einem anderen Podcast ausgeführt, die dich im Knast besuchen, wenn niemand mehr was mit dir zu tun haben willst. Wenn du Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Klimaleugner, Nazi und ich weiß nicht, was es noch für bescheuerte Dinge gibt, Querdenker und ich weiß nicht, was alles zusammen bist, die noch an deiner Seite stehen und sagen, ich bin sein Freund. Ja, egal was ihr sagt. Das reduziert ziemlich drastisch deinen Freundeskreis und das Ganze auch umgekehrt. Ja, wo du den Hochzeitstag sauen lässt, um deinen Freund dem Schlechte zu besuchen. Also je mehr echte Herzensfreunde du hast, umso einfacher ist es, deine Berufung, deine Berufung weiterzuführen. So, dann braucht es, habe ich schon gesagt, männliche Vorbilder und Helden, die du hochschaust, die du verehrst. Das braucht es, um deiner Berufung zu folgen. Die helfen dir vor allem eben auch in deinem Beruf dann Vorbilder. Also klar, du kannst politische oder spirituelle Vorbilder haben, aber es ist gut, wenn du Architekt bist, Architekten zu kennen, wo du sagst, hey, das ist ein großartiger Mann, den verehre ich. Wenn du Arzt bist, ein großartiger Arzt. Wenn du Baumeister bist, ein großartiger Baumeister, den du entweder am besten persönlich kennst oder mindestens mal die Hand gegeben hast und gesagt hast, sie sind ein Vorbild von mir oder mindestens die Biografie kennst. So, und dann noch ein wichtiger Punkt. Du brauchst als Mann nicht nur Frauen. Deine Frau kann nicht deine Heimat sein, auch nicht dein Dorf, sondern du brauchst eine Männergemeinschaft. Es braucht Männerfreundschaften und zwar nicht nur einzelne, sondern Gemeinschaft. Die haben das früher gehabt, die Gilde, die Gruppe, der Verein, vielleicht das ist jetzt nur auf den Sport reduziert, aber es braucht Männergemeinschaften, die sich im Leben gegenseitig unterstützen, die zusammentragen, wo ein Halt gemeinsam Halt ist, wo man Rituale gemeinsam hat, wo man seine Kräfte verbindet. Wir haben das heute kaum noch. Es ist alles divers geworden und unverbindlich. Es geht um nicht gemischte Gemeinschaften, auch nicht mit Frauen, sondern es geht um Männergemeinschaft. Mein, ein zentraler Aspekt meiner Arbeit ist, das aufzubauen. Männer, die initiiert sind, die ein wirklich intensives Training der Initiationen durchlaufen haben, erfolgreich. Diese Männer sind zusammengeschweißt, das sind weit über tausend mittlerweile. Und das sind gestandene Männer, sehr unterschiedlicher Couleur, die sich gegenseitig unterstützen und die sich gegenseitig eine Heimat bieten. So, um deine Berufung also zu finden, ist es kein intellektuelles Nachdenken, sondern das ist persönliche Arbeit dafür wichtig, sich deinen Schatten zu stellen, sich den Themen zu stellen, deinen Ängsten zu stellen, zu sehen, was sind Fähigkeiten, was sind Fertigkeiten, was hast du dir im Leben angeeignet. Also du musst im Weg der persönlichen Arbeit gehen. Je mehr du dich mit dir persönlich auseinandersetzt, je mehr du dir Spiegel holst, Mentoren holst, Trainer holst, deine Schattenthemen bearbeitest, dir das anschaust und auch eben Meinung von wirklich gestandenen, qualifizierten Männern holst. Nicht irgendwelchen YouTubern, die da sagen, hier wirst du reich oder so. Dieses ganze Motivationsgedönse, von dem ich überhaupt nichts halte, die dein Ego aufblasen. Du kannst reich, geil und der beste Casanova werden. Ja, 10.000 Euro und dann kriegst du die YouTube-Videos und danach weißt du, wie es geht. Sorry, das ist Geldmacherei. Hey, das bringt dir überhaupt nichts. Ja, dann kommst du mit einem riesen Wasserkopf raus. Es geht um Persönlichkeitsarbeit. Wo du schwitzt, wo du weinst, wo du lachst, wo du kämpfst, wo du dich deinen Themen stellst. Ja, das ist das. Das mache ich in meinem Leben. Das trainiere ich mit meinem Team von zwei Co-Trainern und bis zu sieben Assistenten. Also zu zehnt sind wir da im Training und machen den Männern die Hölle heiß. Damit sie keine Ausflüchte mehr haben. Damit du der geilste und erfolgreichste Mann wirst, der du sein kannst. Also da geht es um die beste und nachhaltige Investition in dich und dein Leben, die du tätigen kannst. Aber dafür brauchst du die Männer, die sich um dich kümmern, die dich loben, die dich trösten, die dir in den Arsch treten, die dir den Backpfeife geben, die dir keine Ruhe lassen, bis du dein Ziel erreichst. Ja. Was willst du von einem Personal Trainer, der irgendwie sagt, ach, dir geht es nicht gut. Ach komm, dann chillen wir mal ein bisschen oder so. Was willst du von einem Martial Arts Trainer, der sagt, ah, die Technik ist zwar unsauber, aber naja, du bist ja nicht so gut drauf, passt schon. Ja. Nein, da hast du nichts von. Ja. Für so mittelklasse Leute, die sind sowieso falsch bei mir. Mit denen habe ich keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Ihr Leben so ein bisschen im Mittelfeld. Ich will mit Leuten arbeiten, die sagen, ich will mein Leben rocken. Ich will das Maximum aus mir rausholen. Ich will mir meine Schattenthemen angucken. Ich will mir meine Biografie aufräumen. Ich will sauber sein. Ich möchte was machen aus diesem Leben und ich möchte diese Welt verbessern. Ich möchte meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es hier besser wird. Also ich möchte nicht irgendwie einen Job haben, wie die meisten sagen, wie kannst du Geld verdienen, wie kannst du Millionär werden, wie kannst du das geilste Model an Land ziehen. Sorry, das sind nicht meine Seminare. Wie kriegst du ein aufgeblasenes Ego? Solche Leute, die von diesen Motivationstrainern kommen, die reisen meistens bei mir am zweiten Tag ab, weil die so massiv Gegenwind kriegen und merken, sie sind nicht der geilste. Sie haben einen riesen Wasserkopf. Sie machen sich was vor. Sie kommen mit der dynamischen Meditation nicht klar. Angeschrien zu werden, an die Grenzen zu gehen, zu schwitzen, zu weinen, zu bluten, sich durchzukämpfen. Hier wirst du richtig gefordert. Du kommst nicht an deinen Themen vorbei. Also es gibt, wir lassen keinen Ausweg. Das ist aus meiner Sicht das härteste Männertraining der Welt, was es gibt. Das ist der Anspruch. Und das härteste heißt nicht, dass du irgendwie zum GSG-9-Kämpfer ausgebildet wirst. Härteste heißt, du wirst mit deinen Themen gnadenlos konfrontiert. Und wenn das Angst ist oder Scham ist oder Wangel des Selbstwertgefühls ist oder Ablenkung ist oder Posen und Selbstdarstellung ist oder von dir weglaufen oder wie auch immer, Probleme in deiner Familie, dann wirst du damit gnadenlos konfrontiert. Und die Männer haben Herz im Training. Die Männer sind mit dem Herzen da. Du wirst konfrontiert, aber du wirst eben nicht alleingelassen, weil alle werden damit konfrontiert. Das schweißt die Mannschaft zusammen. Alle kämpfen, auf den Achttausender zu kommen. Alle kämpfen, um durch den Ozean auf die andere Seite zu kommen. Und das Team weiß das, sie kennen das und sind mit Herzblut dabei, dich da zu unterstützen. Das ist kein intellektueller Prozess. Du kannst das nicht mit YouTube oder Videos oder sonst wie schlauen Dingen machen, wo du auf deinem vollgepupsten Sofa sitzt und dir schlaue Sachen annervst. Du musst weit aus der Komfortzone raus. Für solche Männer ist das gedacht, das Training. Und diese Männer kommen, kriegen entscheidende Informationen, entscheidende Impulse und gehen oft beeindruckende Schritte am Ende ihrer, in Step 4 dann, am Ende ihrer Berufung auch zu finden. Gehen aus diesem Training mit einer klaren Vision raus. Was will ich 2026 erreichen zum Beispiel? Und das genau. Entweder im Privaten. Ich will meine Familie, meine zwei Kinder, die Frau soll so und so sein. Ich will beruflich das und das machen. Ich will mich da und da selbstständig machen. Oder ich will diese oder jene Position erreichen. Die haben klare Visionen, wenn sie gehen. Die auch durchgearbeitet ist und die emotional ist, die nicht ein Hirnfick ist. Da kriege ich dann E-Mails. Hey, ich habe das und das erreicht. Oder ich habe ein Teilziel erreicht. Oder so. Das sind immer die besten E-Mails, die ich dann bekomme. Also, wenn du nicht nur in der Komfortzone bleiben willst und so ein bisschen was verbessern willst, sondern dich radikal dazu committen willst, ich will das Beste aus mir rausholen. Ich will meine Potenziale aus mir rausholen. Ich will jemand sein, der seine Berufung findet und ihr folgt, der ein Leuchtstern für andere auch sein wird, sodass du irgendwann auch genannt wirst, wenn andere von ihren Vorbildern und ihren Helden reden. Willst du dabei sein? Für deine Kinder ein Vorbild und Held zu sein. Für deine Frau ganz wichtig, ein Vorbild, ein Held zu sein, zu dem sie hochguckt, den sie verehrt. Für deinen Mitarbeiter ein Vorbild und Held und auch für alle anderen. So, dafür mache ich dieses Training. Für solche Männer mache ich dieses Training. Für andere, die sagen, ich will mir ein bisschen die Sachen angucken, will eine gute Zeit haben. Da gibt es andere Dinge. Da bin ich, sorry, nicht der Richtige. Da gibt es andere Männertrainer. Es geht los. Step 1. Den kann man auch einzeln buchen. Thema Vater, Aggressionen, Beziehung zum Vater klären, verbessern. Thema Aggressionen, austeilen, einstecken. Der ist offen, um das kennenzulernen. Das Ganze hat dann eben vier Steps. Auch das Mutterthema zu klären, die emotionale Nabelschnur, die Abhängigkeit von Frauen zu klären, männliche Sexualität, auf Frauen zugehen, Frauen dominieren lernen, deine Ängste, deine Hemmungen überwinden, Klarheit da finden. Und dann Step 4 geht es um, deine Identität als Mann, deine wahre Identität zu finden. Und nicht nur im Kopf, sondern auch zu fühlen und deine Vision, deine Berufung zu finden. Das ist Ziel. Das ist hochgesteckt. Ich weiß, aber deshalb wähle ich im Vorfeld sehr viel aus. Also wenn du dabei sein willst, aus deiner Komfortzone definitiv raus sein willst, kannst du unten die Links finden, Termine, um dich da anzumelden. Wer noch nicht sicher ist, ob du das körperlich, mental, psychisch aushältst. Ich habe deshalb mit meinen Co-Trainern, das ist der Billy, Michael Billmann und der Philipp Berner, die sind coole, zwei coole Männer, die auch von mir supervidiert werden und ausgebildet sind. Die machen ihr eigenes Training und die haben von mir den Hintergrund und die Erlaubnis, den Step 0 anzubieten. Also einen vorgeschalteten HK-Starter. Das sind nur zwei Tage, das ist kostengünstig, meistens in Köln. Und guck dir die Termine an, da kannst du mal reinschnuppern. Unverbindlich nicht, denn auch das ist nicht unverbindlich, aber es hat erstmal ein vorgeschaltetes Wochenende und du wirst dann auch ein ehrliches Feedback bekommen. Bist du geeignet, das herzensriger Training zu machen, bist du stabil, auch psychisch, körperlich geeignet, psychisch stabil genug, die geben dir ein sehr klares Feedback am Ende und auch du kriegst einen Eindruck, weil du wirst da einige Herzenskrieger direkt kennenlernen. Gut Männer, wenn ihr, also wenn du, Mann, deine Berufung suchst, wenn du wirklich bereit bist loszugehen, dann herzlich willkommen, sehen wir uns im Herzenskriegertraining wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017